Pünktlich zu Beginn der Adventszeit wird der Turm der Lutherkirche zum Leuchtturm. Nicht, dass ich mich hier noch verlaufen würde, aber es ist ein heimeliges Gefühl, wenn ich den Herrenhuter Stern leuchten sehe. Nach dem Einkauf zeigt er mir an, wohin ich nun meine vollen Taschen tragen werde. Nach einem Ausflug in der Stadt weiß ich spätestens an der Ecke Kuckucksweg-Drosselweg, wo ich mich wieder ausruhen kann. Du Morgenstern, du Licht vom Licht. Noch vor der Adventszeit werde ich gefragt, ob der Stern bald wieder leuchten wird. Dieser Stern, der ein Trost-Stern war für die Zöglinge im Pädagogium, eine Art Internat für die Kinder der Herrenhuter Missionare in Übersee. Dieser Stern, der seit Ende des 19. Jahrhunderts für die Brüdergemeinde auch ein wirtschaftlicher Faktor ist, seitdem ein Geschäftsmann sich öffentlichkeitswirksam um seine Vermarktung kümmerte, auch in Übersee. Dieser Stern, dessen Strahlen sichtbar aus ihm herausbrechen, auf mich zeigen, auf die ganze Welt weisen und in dieses Stadtviertel hinein. Du Morgenstern, du Licht vom Licht. Aus Papier oder Kunststoff, wetterfest nötigenfalls, gut verankert, wegen des Windes auf der Höhe der Turmspitze. Aber das sehen wir uns vor Ort an. Heute geht es mit dem Wind. Hält er auf, wenn es richtig stürmt? Der hält auch, wenn es richtig stören, weil er jetzt an Seilen auf einem bestimmten Punkt fixiert ist, ein bisschen wackeln kann, aber nicht nach oben gerissen wird oder zur Seite, sondern so wie er jetzt ist, bleibt er fixiert. Oben hängt er an einem Trageseil. Da sind trapezförmige Seile, die durch den Stern laufen und sich dann immer unten an dem Stern, an so einem Haltepunkt mit den Seilen, die zur Seite gespannt sind, treffen. Und diese Konstruktion ergibt, dass der Stern nicht weit weg fliegen kann. Früher gab es diese Unterkonstruktion nicht. Da wehte er mit dem Wind hoch und schlug sich leider manche Zacke an dem Trageseil kaputt. Jetzt können wir hoffnungsvoll auf den nächsten Sturm warten. Das ist gut. Und da oben stehen Sie auch sicher? Da stehe ich sicher, muss natürlich den Rand dieser Plattform beachten und mich mit einem Gurt oben an dem Seil anklicken. Das behindert mich etwas in der Arbeit, aber es gibt mir Sicherheit, dass ich nicht durch eine dumme Bewegung abgehe. Beruhigend. Und hat der Stern für Sie noch über die technischen Details eine besondere Bedeutung? Persönlich ist mir wichtig, dass es ein Gruß ist, von unserer Gemeinde in die Nachbarschaft weit zu sehen. Und viele Leute freuen sich dran. Und mir ist es eine Erinnerung, dass wir mit der Geschichte, die zu Weihnachten geschehen ist, verbunden sind. Du Morgenstern, du Licht vom Licht, das durch die Finsternisse bricht. Du gingst vor aller Zeiten Lauf in unerschaffner Klarheit auf.